So, herzlich willkommen zur US-Vorbörse. Nicht die letzte in diesem Jahr, aber auf jeden Fall die letzte vor den Weihnachtsfeiertagen. Und schauen wir uns zunächst mal an. Ich habe was dabei. Ist jetzt nicht unbedingt ein Geschenk. Ich finde es nur interessant, weil sehen Sie, das sind die europäischen Aktien. Das ist der Eurostoxx 50 und da sehen wir mal, wie der sich im laufenden Jahr entwickelt hat. Minus 14,5, 15 Prozent. Da sind wir jetzt auf jeden Fall in die Richtung gerade unterwegs. Und wenn es so bleibt, dann sehen Sie hier, der Pfeil, der zieht durch, durch, durch. Und das letzte Mal war es so schlecht 2008. Hat natürlich auch mit der miesen Stimmung zu tun. Hat auch damit zu tun, dass wir jede Menge Brandherde momentan haben. Ganz viele Probleme, die noch gelöst werden müssen. Haben sie natürlich erst mal alles ins neue Jahr rein vertagt. Anders kann man es nicht sagen. Die Probleme werden ja nur noch vertagt. Sie werden nicht mehr gelöst. Und das ist dann am Ende dabei herausgekommen. Wenn niemand Probleme löst, dann gehen die Märkte nun mal nach unten. Und ich sage es ja, der schlechteste Jahr bahnt sich für europäische Aktien an, für die großen europäischen Aktien an, seit einem Jahrzehnt. Wie geht es weiter heute an der Wall Street? Naja, weiter auf Richtung suchen. Mehr vom selben, würde ich sagen. Das Problem, es ist ja Neues dazugekommen mit dem Shutdown, der momentan droht. Das ist, wenn sich die US-Politiker eben nicht mehr auf einen Haushaltsentwurf oder auf ein Budget hier tatsächlich einigen können. Und das spricht ja momentan einiges dafür, dass es eben nicht zu einer solchen Einigung kommt. Dann kommt es zu diesem Shutdown. Das heißt, es ist kein Geld mehr da. Und dann werden Staatsangestellte, die werden dann nach Hause geschickt. Unter anderem Heimatschutzministerium, die ganzen Museen machen zu, Parks machen zu etc. pp. Ist momentan zu einem Politikum geworden, weil Donald Trump gesagt hatte, naja, er will auf jeden Fall ein paar Milliarden Dollar für den Grenzbau nach Mexiko haben. Und da haben die Demokraten gesagt, pass mal auf, das kannst du mal direkt abschminken. Jetzt gab es einen Entwurf, aber der wird heute vom Senat vermutlich eben nicht abgesegnet werden, der wird nicht durchkommen. Und dann wird es zu diesem Shutdown kommen. Und ja, am Ende sind die Gelackmeierten natürlich die öffentlichen Angestellten, die dann keine so schönen Weihnachtsfeiertage haben, weil ihnen das Geld natürlich auch langsam ausgeht, denn die gehen in unbezahlten Urlaub. Tja, sei's drum. Apple, auch nicht so schön. Das Problem ist bekannt. Der Konzern hat offensichtlich gegen Patentrechte von Qualcomm verstoßen. Das war ja schon das Ding, weshalb Apples iPhones dann in China nicht mehr verkauft werden durften. Und jetzt droht das Gleiche natürlich nach einer entsprechenden Niederlage vor Gericht. Auch in Deutschland dürfte der Aktie ganz bestimmt weiter, dürfte die Aktie weiter belasten. Hält sich momentan zwar alles noch in Grenzen. Verlust von zweieinhalb Prozent ist ja nun mal in Grenzen. Aber zeigt auch mal wieder, ich kann es gar nicht oft genug sagen. Ja, oft werden wir belächelt. Ah, die 200-Tage-Linie. Ja, werden sie rausgegangen, wäre die Sache erledigt gewesen. Ja, so hat man sich immer wieder in die Hoffnung da verirrt. Ja, könnte noch was werden, könnte noch was werden. Dem Ganzen will ich auch gar nicht widersprechen, aber sagen wir mal spätestens hier mit dem Bruch hätte man trotzdem dann mal überlegen müssen, ob das noch Sinn macht. Jetzt ist natürlich Apple unglaublich gut finanziell ausgestattet. 200 Milliarden Plus in den Kassen. Ein Produkt, das sie trotzdem verkaufen werden. Sie werden sich mit Qualcomm einigen. Machen sich da keine Gedanken. Ja, irgendwann werden die beiden Chefs sich zusammensetzen, werden sagen, okay, das sind die Bedingungen und dann fließt Geld von der einen Seite zur anderen und dann wird das Ganze behoben werden. Nichtsdestotrotz ist es natürlich ärgerlich für den Aktienkurs. Es wäre ohnehin zu einem Verlust gekommen, weil momentan die Marktstimmung so schlecht ist, dass es dann immer nur noch ein weiterer Tropfen ist, ein weiterer Tropfen und irgendwann dann läuft das hast du einfach über und dann geht es nach unten. Also für Anleger mit einem längeren Atem ist das kein großes Problem. Den muss man halt abwarten, muss man aussitzen. Es gab tolle Jahre davor, in der sich der Kurs vervielfacht hat und jetzt gibt es eben eine Situation, wo man ein ganz bisschen abwarten und abwarten muss und einfach auch mal ein bisschen Geduld zeigen muss. Bei Nike muss man nicht so viel Geduld zeigen. Sollen Sie sich das an. Plus 8,5 Prozent geht es dann nach oben. Bombenzahlen gewesen. Hatte ich heute Morgen schon mit dabei. Gewinn 52 Cent die Aktie und Umsatz 9,4 Milliarden Dollar im letzten Quartal. Beides deutlich über den Erwartungen der Anleger und vor dem Hintergrund, dass Kaepernick da wirklich die Kampagne um diesen Sportler, um den Umstritten tatsächlich deartig gut eingeschlagen hat. Alles richtig gemacht, muss man sagen und die Aktie völlig zu Recht jetzt im Aufwind und vielleicht reicht das irgendwie dann auch, dass wir in die Richtung 77 wieder marschieren. Bei Altria übrigens eine ganz andere Geschichte. Ich hatte ja gestern die Nachricht mit dabei, Altria hat sich ja bei Juul, dem führenden Hersteller, Anbieter von E-Zigaretten in den USA, eingekauft massiv zu einer Bewertung von 36, 37 Milliarden Dollar. Sie haben 12,8 Milliarden, glaube ich, für 38 Prozent bezahlt. Ganz lustig übrigens, sie haben zwei Milliarden an Mitarbeiterboni bezahlt. Das ist pro Mitarbeiter waren das mehr als eine Million Dollar. Gott hätte ich gerne für Juul in Moment gearbeitet, aber man weiß ja auch nicht, das ist ja nur ein Durchschnitt gewesen. Wer da was bekommen hat, weiß man ja nicht. Sei es drum, heute Morgen auf jeden Fall die Analysten raus oder die ersten Analysten raus, die sagen, das ist ja totale Quatsch, den die gemacht haben. Also für sie ist das keine Investition in die Zukunft für den Analysten, sondern tatsächlich ein Offenbarungseid und vor allen Dingen das Eingeständnis des Managements, dass man nicht mehr an das Kerngeschäft glaubt. Guten Morgen. Das Hauptgeschäft, das Kerngeschäft von Altria ist der Handel mit Kippen. Davon kriegen wir Krebs. Wir sterben. Natürlich hat das keine Zukunft. Natürlich muss man schauen, ob man irgendwo anders dann vielleicht Umsätze machen kann. Und das ist jetzt passiert. Das macht Altria. Man geht E-Zigaretten, man geht in Richtung Cannabis, Marihuana. Man schaut, wo man hier tatsächlich zukünftiges Wachstum auftun kann. Für den Analysten allerdings, der offensichtlich erst gerade wach geworden ist und vorher im Keller gelebt hat. Ja, für den ist das ein Grund, die Aktie aufs Zelt zu stufen. Sei es drum. Ich glaube, wir sehen da interessante Kurse demnächst und vielleicht die Möglichkeit, da tatsächlich mal zuzugreifen. Twitter. Andere Geschichte. Ja, die Plattform verstößt gegen die Menschenrechte. Muss man jetzt einfach mal so stehen lassen. Sagt Amnesty International. Und sie sagen, dass Frauen missbraucht werden und diskriminiert werden und belästigt werden und das alle 30 Sekunden auf Twitter. Das ist natürlich fürchterlich. Ein unhaltbarer Zustand. Und da wir Twitter nacharbeiten müssen, wird auf jeden Fall zulasten der Nutzerkonten gehen. Überhaupt gar keine Frage. Also wenn man das ernst meint, wird sich da sicherlich was an der Zahl verändern. Dann muss nur nachgerechnet werden. Taugt das alles noch? Aber das ist natürlich schon einen Imageschaden, der ganz große Kreise ziehen kann. Vor allen Dingen, wenn es in Richtung Werbewirtschaft geht. Und wenn die sich dann überlegen müssen, will ich auf so einer Plattform mein eigenes Logo noch sehen? Will ich da meinen Brand noch irgendwie sehen? Werden wir in den nächsten Wochen sicherlich feststellen. Jetzt erstmal die Aufregung natürlich groß. Citroen ist noch dann mit dem Hechtsprung short gegangen. Hat gesagt, 20 Dollar die Aktie. Wobei das übrigens schwachsinnig ist. Weil wenn Andrew Lift das zu Ende gedacht hätte, beziehungsweise zu Ende argumentiert hätte. Dann würde es dazu kommen, dass Twitter praktisch entweder sie machen was. Ja, sie machen was. Dann wird die Plattform bereinigt. Dann können wir an die alten Erfolge oder an die alten Aufwärtsbewegungen wieder anknüpfen. Oder sie machen nichts. Dann fällt die Aktie auf null. Weil dann wird irgendwann keiner mehr werben ohne Werbereinnahmen. Das ist übrigens das Geschäftsmodell. Sind die praktisch pleite. Nur so viel. Jetzt 20 Dollar zu sagen, ist einfach nur nice to have, damit man überhaupt was gesagt hat. Und damit man irgendwann da steht und sagt, ich habe es euch ja gleich gesagt. Und ja, könnte ich mich drüber aufregen. Übrigens, das ist cool. Das sind die Schätzungen von Bloomberg, was Facebook betrifft. Jetzt sehen Sie, das Rote sind die Schätzungen, die Gewinnschätzungen. Sehen Sie? Und die laufen nach oben. Das ist die ganzen letzten Jahre so gewesen. Und immer dann, wenn die Gewinnschätzungen angehoben wurden, dann ist der Kurs irgendwann auch danach ebenfalls nach oben gelaufen. Sehen Sie? Und hier hat sich das mal ein bisschen abgesetzt. Da war mal, hier war mal der Abstand ein bisschen größer. Dann ging es natürlich in 2018, die ganzen Skandale etc. pp. Aber die Schätzungen sind relativ weit oben geblieben. Das heißt, die Analysten sehen das gar nicht so negativ bei Facebook wie offensichtlich die Anleger. Denn das ist der Kurs. Dieser weiße Graph ist der Kurs. Und der zeigt stramm nach unten. Also, das Stimmungspendel schlägt momentan voll gegen Facebook aus. Könnte natürlich eine interessante Chance sein, wenn wir uns die Vergangenheit ansehen, dass sich das irgendwann wieder annähert. Würde ich jetzt zunächst einmal argumentieren, die Aktie ist günstig bewertet. KGV 17 etwa. Ich glaube, die waren überhaupt noch nicht so niedrig bewertet. Das ist die eine Sache. Es dürfte sich also irgendwann wieder annähern. Und meiner Meinung nach müsste es dann eher nach oben gehen. Die Analysten also, wie gesagt, weiter zuversichtlich, dass Facebook liefern wird. Natürlich sind die Gewinnschätzungen ein wenig nach unten gekommen zuletzt. Das hat aber damit zu tun, dass Facebook selbst angekündigt hat, wir werden weniger wachsen. Wir werden weniger schnell wachsen. Und ja, aber wir haben es gerade gesehen. Also die Profis weiterhin gar nicht so schlecht eingestellt. Nur, was die Privatanleger betrifft, die haben momentan einfach keine Lust auf Facebook, weil sich, das ist durchaus verständlich, da reiht sich ein Skandal an den nächsten. Ich habe übrigens eine coole Prognose gesehen für nächstes Jahr. Da geht es um eine Wette, wer denn noch im Top-Management von jetzt angerechnet in zwölf Monaten sitzen wird. Also, ob Mark Zuckerberg noch da sein wird, vermutlich, weil er die Mehrheit der Anteile hat, oder Sheryl Sandberg und beide vermutlich nicht gleichzeitig. Könnte sein, würde vielleicht jetzt auch so einen frischen Impuls mal setzen und bis es soweit ist, könnte das weiterhin eine hänge Partie bleiben. NetEast, die habe ich deshalb dabei. Endlich hat sich was getan. Sie wissen, zweitgrößter Anbieter und Entwickler von Mobile Online Games. Also insgesamt Online Games und das Kerngeschäft sind Mobile Online Games. Weshalb ist das wichtig? Weil in den letzten neun Monaten keine neuen zugelassen wurden in China. Das ist natürlich blöd, gerade im größten Markt, wenn keine neuen Spiele veröffentlicht werden dürfen, weil die chinesischen Behörden Bedenken hatten, dass ihre Kinder zu viel zocken. So, dann hat man das umstrukturiert, eine neue Behörde aufgesetzt, beziehungsweise bestehende Behörden neu bestückt, und dann gesagt, okay, und jetzt schaut euch das mal alles in Ruhe an. Und jetzt haben die echt neun Monate gebraucht, um zu sagen, okay, jetzt schauen wir uns die Spiele mal an, die da auf den Markt kommen sollen. Ewige Hängepartie hatte dann dazu geführt, dass natürlich die entsprechenden Unternehmen mit den Zahlen nicht so brillieren konnten. Seit heute Nacht ist klar, oder seit gestern ist klar, der erste Pack an neuen Spielen wurde genehmigt und das beflügelt jetzt NetEast natürlich auch. 5,8 Prozent geht es hier nach oben und wir sehen, aha, 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 Moment, das ist doch eine China-Aktie. Ja, ja, ist eine China-Aktie und es sieht so aus, als wenn wir da irgendwo einen Boden gefunden haben und es da vielleicht tatsächlich noch ein paar Geschenke für Weihnachten gibt und vielleicht, dass wir dann im neuen Jahr sogar mit einer etwas ausgeprägteren Aufwärtsbewegung starten. Und Tencent habe ich deshalb dabei, normalerweise sowas für die Frühbörse, ja, weil Handel in Hongkong, aber habe ich dabei, weil es auch für die kräftig nach oben geht und weil Tencent natürlich am meisten profitiert. Tencent, Fortnite, ja, sind sie daran beteiligt. Ganz viele andere Unternehmen sind sie ebenfalls daran beteiligt, beziehungsweise haben sie die Spiele selbst entwickelt. Also die sind natürlich der Erste, von dem man denken würde, okay, Freigabe erteilt für die Spiele, müsste Tencent jetzt dann langsam in den Quark kommen. Und dann werden natürlich die Analysten hergehen und werden ihre Gewinnschätzungen irgendwann anpassen, weil wenn jetzt klar ist, es geht wieder vorwärts in der Industrie und in dem Land, dann, wie gesagt, ist das vielleicht alles etwas zu konservativ. Einziger Knackpunkt, es ist noch nicht so richtig transparent, wie unter welchen Bedingungen Spiele freigegeben werden. Das heißt, es kann immer mal wieder dazu führen, sagen auch Marktinsider, dass es zu Verzögerungen kommt oder dass halt mal längere Warteperioden drin sind. Aber im Großen und Ganzen wird der Schritt jetzt erst mal positiv bewertet. Und das heißt auch für Tencent, dass wir vielleicht mal davon ausgehen können, dass sich diese Abwärtsbewegung ausläuft und dass wir eine etwas stärkere Gegenbewegung sehen. Kommt jetzt natürlich darauf an, dass wir da die 37 mal irgendwann rausnehmen. Habe ich noch was dabei? Nein, ich habe nichts mehr dabei. War ja jetzt auch anstrengend. So, dann wünsche ich Ihnen frohe Feiertage. Erholen Sie sich gut, haben Sie eine schöne Zeit mit Ihrer Familie und Ihren Lieben und wir sehen uns dann in der kommenden Woche nach den Feiertagen. Am 7.1. sehen wir uns wieder. Am 7.1. höre ich gerade von der Regie, dass wir uns erst wieder sehen. Schade eigentlich. Hätte gehofft, dass es vorher noch mal zur Sache geht, aber dann halt am 7.1. Bis dahin. Tschüss.